Wir legen uns nun mit einem sehr respektablen Gegner an. 4-4 Tentaklos auf dem Modus extra schwer mit Dixikon, die uns hier durchbringen muss. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie wir auf diesen Tintenfisch reagieren müssen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir zu ihm kommen. Ich sammle hier mal ein paar Bananen noch ein. Da können wir uns ganz einfach fallen lassen. Jetzt sind wir wieder im Wasser. Und jetzt wird er auch gleich auf uns zukommen. Das sind die Bomben. Ich gehe mal ganz nach unten. Die lassen wir einfach explodieren. Der hat seine Gefährten leider nicht mitgenommen. Wahrscheinlich war das eigentlich mal so gedacht. Hinter uns sind sie jetzt in die Luft geflogen. Einfach an dem hier vorbei. Ich vergesse hier die Münze mal. Die kriegen wir nicht. Die lassen wir einfach in der Reihe nach explodieren, denn sonst nehmen wir Schaden. Die lassen wir auch mal, damit wir hier an den Buchstaben K gelangen. Wir hätten sicherlich auch durch die Mitte durchbrettern können. Aber manchmal muss man zu Tricks greifen. Die Schwertfische sind jetzt auch nicht unbedingt das Schönste, was uns hier erwartet. Jede Menge Sachen, bei denen wir hier sterben können. Wir müssen hier ihren Propeller anwerfen, den nur ihre Haare können. Überall hier Bomben. Plötzlich hören sie auf. Keine Ahnung, wo sie hergekommen sind. Hinter uns fliegt wieder alles in die Luft. Da ist sehr viel Stress gerade dabei. Vor allem, weil ich glaube, hier schaut er uns an. Gleich nach oben. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Da gehen wir sofort durch. Wenn die Lücke da ist, die zieht er gerade zurück. Gott sei Dank. Jetzt ist auch diese Flosse hier weg. Dieser Tentakel möchte ich sagen. Es ist keine Flosse. Oh ja. Das war sehr holprig. Aber ich glaube, wir haben es noch nicht geschafft. Jetzt ist der Durchgang da. Einfach da durch. Fast da ist der Buchstabe. Oh, den kriegen wir noch, bevor hier die Bombe hochgeht und uns hier in 1000 Fetzen zerteilen würde. Jetzt guckt er uns hier wieder nach. Dieser Schelm. Klatscht hier immer mit dem Teil nach oben und nach unten. Das ist schon mal gut zu wissen. Denn dann müssen wir hier nicht allzu häufig ausweichen. Der tastet jetzt nach uns. Also die sind jetzt schon ein bisschen verspielter. Die wollen wir hier nicht da haben. Da ist das N. Mitten hier im Kugelfisch-Labyrinth. Da ist er wieder. Das macht er. Jetzt geht's. Mit einem Leben müssen wir hier echt extrem aufpassen bei ihm. Der ist mit meinen Augen nicht gut zu berechnen, was er mit uns als nächstes ist. Und da ist er wieder. Jetzt fahre ich nach oben. Ach du meine Güte. Lass der Buchstabe G. Den nehmen wir noch mit, bevor die Bomben explodieren. Da kommt schon wieder so ein Teil runter. Der ist richtig gemein jetzt drauf. Da kommen jetzt wieder diese Stachelteile runter. Wir müssen auch aufpassen, dass die Luft hier nicht ausgeht. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Da kommt die Tinte hoch. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Zeit liegen lassen. Jetzt werden wir hier richtig Action haben. Da kommt noch mal so eine Flosse. Aber wir können gerade noch so durch. Da ist jetzt nichts passiert. Da kommt wieder ein riesen Bombengeschwader. Jetzt zieht er ja auch alles zusammen, der Hund. Wir haben es geschafft. In das Fass hinein. Jetzt geben wir ihm ja auch eine mit. Zweimal hat sie ihn getroffen. Und das Finale kommt hier gleich. Gerade noch rechtzeitig. Da wollte er uns hier noch runterfeuern. Aber jetzt feuern wir uns dafür ins Fass. Wir haben ihn doch irgendwie zu bezwingen gebracht. Wir sind Tiefseetaucher, Tiefseefischer. Dieses Viech wird uns nie wieder belästigen. Dixie Kong wunderbar.